Let's go keine Waffe keine Waffe keine Waffe die Welt die Mannschaft verbrechen hier ich brauche nicht unbedingt zwei nah bis bis zum Mitteldistanz Waffen da reicht mir ein Sturmgewehr und was ich auch nicht verstehe warum sprechen die komplett neuen Charakter nach und bringen neue Voicelands für die Charakter rein aber sie schaffen es nicht diese zum Beispiel den Quick Drop Holster weil die schaffen es nicht dafür eine neue Voicelands zu machen ich meine vielleicht hat sie irgendeinen Grund vielleicht wollen die die Hopp-ups nicht mehr Dingsen, aber der Vollständigkeit habe würde ich das machen wenn ich bin meiner Meinung nach ja ihr erlebt das schon Handhaben wie ihr das Handhabt die benutzen das Ping ist immer richtig gut so wie es sein sollte das finde ich toll ja gut dann gehen wir jetzt glaube ich in die allererste Fall der Runde finde ich toll ich werde den Minivolt öffnen ich werde den Minivolt öffnen ich werde den Minivolt öffnen wenn ich heute mal ein bisschen sozial wenn ich heute mal ein bisschen sozial Energy Mag für den Fuuuuuuuussed ich weiß ich glaube mein deutschland hat man nicht unbedingt verstanden oh die sind unten die sind unten oh meisterfame oh god zu meinem besten kann man doch einfach gar nichts mehr sagen es ist einfach es gibt nicht nur ein skill der skill ist manchmal sogar ganz gut aber kommunizieren halt einfach nicht und landen meistens ab und zu irgendwo anders das ist halt nicht so kann man glaube ich auch verstehen deswegen ich finde das ziemlich angenehm kommunikation ist vieles mit dem wenn man flach drauf leidet dann flacher fliegt und ich glaube sogar weiter fliegt finde ich gerechte nice und dass der super ist diesen acht definitiv mal eine runde wert 1 2 und vielleicht entfachten wir das oktain feuer in einem wenn man früher zum beispiel genutzt hat also ich zog so ein bisschen acht und da ist der meister rot äh mit roten lila lol 2 squads Was? Over here? Boah, nee. Nee. Oh god. Well done, well done. Hat er gut gespielt? Kann ich nix sagen, hat er so gut gespielt. Ja, er hat was ich brauch, er hat was ich will. Oh, er hat alles was ich brauch. Der Rafe-Spieler ist gut, die Rafe ist gut. Er ist gut. Eine Spritze reicht in dem Selfiel und dann... du auch da. Oh, 2 Squats noch. Äh, ein Phoenix Skid erreicht. Habe ich eigentlich mehr als eins dabei? Ja. Dann nehme ich noch ein paar Spritzen mit. Und ich wechsle gleich mal auf die N99, werfe ich das da weg. Äh... Ja, reicht erstmal. Mein Muni brauch ich eigentlich erstmal nicht, das ist das ganze Teil. Okay. Okay, very fine. He's red. Ah, he's red. Red body. Healing over here. Horizon cracked. Was ist das? 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 Ja. Was ist das? Wait, 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 wait. Wait! Wo? Uh... 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 Well... Ich würde sagen, dass war... Das beste Play, was ich in der Apix hier gemacht hab. So weit würde ich gehen. 1 ist blue ich gehe mal kurz gucken gg boah, das war ne geil, das war ne Das war richtig gute Random Mates, richtig gute Random Mates. 1.600 damage? Schmeckt's.